Ich hatte davon gesprochen, dass Bethesda einiges an Ankündigungen getan hat und dazu ist dieses Video. Es wurden angekündigt Quake Champions, also nachdem jetzt Doom neu rausgekommen ist, kommt also auch Quake neu raus. Das wird ein Arena-Style First-Person-Shooter, hoffentlich so wie die alten Quakes, nicht so wie bei Doom. Mehr wird es im August auf der QuakeCon geben. Sehr viel kann man dazu jetzt noch nicht sagen, außer wie gesagt die Hoffnung, dass sie das nicht auch verhauen. Fallout Shelter scheint so ein großer Erfolg gewesen zu sein, dass es jetzt noch gleich ein Spiel gibt, das so für alle Plattformen rauskommt. Und zwar The Elder Scrolls Legends. Das wird ein Kartenspiel mit einer Story. Ich habe noch nicht ganz verstanden, um was es eigentlich geht. Der Trailer dazu ist sehr unaussagen, was das Gameplay angeht. Aber die Tatsache, dass es auf dem PC, auf dem iPad, auf dem Mac und auf Android-Tablets rauskommt, sowie anderen Telefonen der Android-Reihe, das zeigt eindeutig, dass es kein neues Rollenspiel werden wird, sondern ein Kartenspiel, wie sie es beschreiben. Ich, wie gesagt, kann mir noch nicht wirklich was dahinter vorstellen, aber ich gehe mal davon aus, dass es kostengünstig bis kostenlos verfügbar sein wird. Arkane Studios, die arbeiten gleich an zwei neuen Spielen. Zum einen ist das Dishonored 2 und zum anderen ist das Prey. Das sah jetzt beides in den Trailern cool aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier, ich habe Dishonored 1 nicht gespielt. Die Stars waren sehr, sehr gut aus. Ich glaube, es kann sogar sein, dass es damals Serinox gespielt hat. Es sieht wie ein guter zweiter Teil aus. Was Prey angeht, muss ich sagen, interessant, aber es sind halt Ankündigungen und ich würde da ganz gerne mehr von sehen, bevor ich da wirklich sehr groß was drüber sage. Aber gut, dass es eben auch durchaus neue Ankündigungen, neue Spiele gibt, dass es zu diesen Spielen von Bethesda Nachfolger gibt und nicht immer nur Fallout und Skyrim rauskommen. Jetzt aber zu guter Letzt das Thema, auf das ich wirklich zu sprechen kommen möchte. Denn ich habe es im Wochentalk gesagt, ich bin gespannt, ob ein großer Publisher etwas zur Virtual Reality ankündigt. Zugegebenermaßen ist Bethesda nicht der größte Publisher, aber in den letzten Jahren durchaus am Kommen. Ich meine, Skyrim hat sich sehr, sehr gut verkauft und alle anderen Spiele auch, natürlich auch Fallout. Sie haben angekündigt, dass es Doom sowie Fallout 4 für Virtual Reality geben wird und zwar soll eine Version von Fallout 4 2017 für das HTC Vive rauskommen. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das funktioniert, wie man da läuft, wie man sich da fortbewegt, wie das Ganze klappt. Ich denke, es zeigt eindeutig, dass die Spieleentwickler, und ich abstrahiere jetzt von einem zu allen, sich entschieden haben, dass das Vive das bessere Gerät für Videospiele ist und das Rift das bessere Gerät für Facebook. Ich bin, ich kann es nur nochmal sagen, sehr, sehr, sehr gespannt darauf, mehr zu sehen von diesen Spielen und in großer, großer Hoffnung, dass Virtual Reality in den nächsten Jahren etwas günstiger wird und dann 2017, das ist nächstes Jahr, vielleicht mit Fallout 4 der Durchbruch gelingt auf den Haupt-Mainstream-Markt und dass eben Virtual Reality nicht mehr eine Nische ist, wie es das momentan ist. Soviel erstmal zur Bethesda-Pressekonferenz. Für mich ist da ehrlich gesagt das Virtual Reality das größte Highlight, auch wenn dazu eigentlich ja nichts gesagt wurde, außer hey, wir machen was für Virtual Reality, aber allein diese Tatsache ist schon ganz, ganz wichtig und ist schon das Zeichen, dass eben VR durchaus mehr sein kann, als es im Moment ist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von der Neuankündigung haltet und gerne diskutiere ich über Virtual Reality, denn das ist momentan ein brandaktuelles Thema. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt oder abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön, Tschüss.